Ja, Pixel. Komm schon, ja. Ja, magst du mir ein paar abgeben? Äh, ja. Sehr nett. Äh, das waren alle. Aber ich kann mir noch mal welche craften. Ja. Ich hab auch Lust, mal so einen Climbing Rope auszuprobieren. Ich crafte mal eins. Aus was? Äh, Plant Fiber, glaube ich. Okay. Und Eisen. Oh nein, Eisenbarren braucht man dafür auch. Ne, das ist ja uncool. Dann reicht uns aber eins. Ha! So, gucken wir mal, wie man das überhaupt setzt. Climbing Rope. Ja, jetzt bin ich mal gespannt. Und schmeiß ich ab in... Aha. Oh. Höre ich da Monster? Äh. Kann ich da runterspringen? Äh, ja, kannst du. Soll ich das? Wie du möchtest. Ich komme. Man kann die Dinger nur einmal benutzen übrigens, aber trotzdem sind sie eigentlich ganz praktisch. Ja. Also gerade für solche, ich will mal eben mich in ein Loch lernen Geschichten. Sind sie gar nicht mal so... Oh, was ist denn hier für ein kleiner, putziger Scheiße? Ah, der ist ganz schön stark. So. Naja, so stark war er doch nicht. Uiuiui. Ui, boah. Nein. Ich weiß nicht. Komm, wir gehen nach rechts weiter. Ja, finde ich auch. Hier ist doch blöde. So. Ich hab 225 Pixel, ey. So reich waren wir noch nie, oder? Ich hab 500. Was? Warum das? Weiß nicht. Vielleicht hab ich ein paar mehr von den Dingern eingesammelt. Oder ich bin öfters gestorben halt. Ah ja, okay. Wollen wir uns hier weiter durchnudeln, oder wird? Ja, so nach rechts da, oder? Oh, oh. Oh, da oben ist jede Menge Kupfer. Ne, wir müssen so ein bisschen nach rechts oben uns durchklappen. Oh, opala. Ah ja, hier geht's auch prächtig nach oben. Alles kein Problem. Okay, bin bei dir, Käse. Bin bei dir. Gut, schön, schön. Und das Formen annimmt hier. Ja. Und jetzt einmal und zack. So, haben wir es. Jo. Okay. Oh, jetzt sind wir mal eine Fackel da unten. So, und jetzt hier schön, schön in die Ader rein. Schön. Achtung, da oben kommt. Na, der hat uns... Oh, doch, der hat uns gesehen. Der hat uns gesehen. Hilfe, 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 Hilfe. Äh, ich komm nicht hier raus. Ah, ich hab ihn vergiftet. Wieso häng ich... Ich komm nicht raus? Hä? Ich häng hier voll fest. Naja. Ich muss weiter graben. Kram einfach. Der ist ja vergiftet, der Junge da unten. Oh, 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 ja. Und, ja. Und jetzt ist er tot. Und jetzt ist er auch hin. Gut. Sehr schön. So wollten wir es haben. Okay. Ah, hier ist noch mehr Kupfer. Okay. Ich geh es uns holen. Vielleicht. Mach uns mal ein bisschen Licht. Ja. Ja, und also... Und, ja. Was gibt's denn an Weihnachten bei dir zu essen? Käse? Hast du da schon eine Idee? Ähm, ja. Sicher, ja. Bei uns gibt's immer Fondue. Immer Fondue? Es gibt immer Fleischfondue. Fleischfondue? Kein Käse? Nee. Ich muss gestehen, es ist ein Fleischfondue. Kein Käse. Oh, Monster. Kein Käsefondue. Kein Käsefondue? Nee. Ich meine, das ist jetzt auch nicht so festlich, ne? So ein Käsefondue. Käsefondue. Ja, und da muss man natürlich die Soßen dazu selber machen und nicht kaufen und so, damit das ordentlich... Oh, hier unten ist so ein Pöppel. Ja. Kannst du anehen. Ja, ich mach mal. Wahrscheinlich sterbe ich. Speedboost. Oh, Speedboost. Ja, genau das hab ich jetzt gebraucht. Ja, jetzt kannst du da unten rumrennen. Dass ich hier mal ordentlich zeig, wo hier... Oh, hier ist wieder der verrückte Stein. Pass auf, die Dinger an der Decke, ne? Oh Gott, das wäre... Die kannst du umpickeln übrigens. Dieses Speedboost ist nicht besonders hilfreich hier. Ehrlich zu sein. Weiter mit. Ach, leck mich doch. Ich brauch dich nicht. Da unten, komischer Vogel. Ah, ah. Nee, ich geh mal woanders lang. Ja, wenn der da unten so blöd rumhängt. Ja. Wo man... Oh, ah. Oh. Ah. Was war das? Keine Ahnung, hier ist so ein spitzes Ding. Ein spitzes Ding. Das da hier. Ah, ah. Oh. Mach das mal besser weg. Das ist so ein Magma-Stone oder so heißt das irgendwie. Das ist ja unverschämt. Ja. Hat dich das voll gebissen? Na, da hab ich auch nicht in den Poppes gepiekt. In den Poppes gepiekt. Okay. Okay. Ja, ich dachte ja vielleicht an einen Reh zu machen. Irgendwie. Ein Reh. Ja, ein Rehrücken. Hast du eine Reh-Connection? Äh, ich muss mal hier den... Also letztes Jahr hatte ich eine, dieses Jahr nicht. Aber ich muss mal hier den Metzger meines Vertrauens fragen. Der kann sowas doch bestimmt besorgen, oder? Den Metzger deines Vertrauens. Meinst du nett? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Also irgendwo muss es ja möglich sein, sowas zu beziehen, ne? Ja, gut, ja. Ich muss halt mal den Jäger abchecken. Welchen Jäger? Naja, gibt's ja hier welche bestimmt, oder? Mitten in der Stadt, meinst du? Jagen die hier... So, hier gibt's ja auch. Keine Stadtrehe, du Nasenbär. Waldrehe. Ach so, Waldrehe. Na gut, wir haben Stadtwildschweine, ja? Ja, die gibt's ja gerne mal, ja. Die Wand sieht geil aus. Eigentlich fände ich's cool, wenn wir daraus unsere Hausrückwand bauen. Siehst du die hier? Ähm, nee. Naja, hier ist ja auch eine Kiste, wir dürfen also nicht zu früh sterben. Okay. Äh, wieso? Ach so, Hilfe. Oh Mann. Das ist ja fast erträgt. Ja, ja, ja. Ich hab nicht auf dem Schirm, dass wenn ich aus dem Wasser springe, dass ich da nicht sofort wieder Luft voll habe, sondern... Na, die musst du ja ein bisschen zum Ein- und Ausatmen, musst du ein bisschen Zeit haben. Ja, da brauchte Bobka ein bisschen Zeit, ja. Okay. Oh, das ist ganz schön hartes Material hier, muss ich mal sagen, oder? Ja, auf jeden Fall. Kommt kaum durch, ne? Das ist dieser Kupferpick irgendwie nicht so dafür geeignet. Nee. Das Gefühl hab ich auch. Ich weiß gar nicht. Magmarock heißt das Ganze. Ah, das ist so ein Lava-Gestein. Bluten diese komischen... Ah, die bluten so Vergiftungs-, also Totenkopfzeichen. Ja, ja, damit man da nach Möglichkeit nicht dran springt, ne? Damit auch jeder mit scharfem Auge weiß. Das ist wahrscheinlich so ein Obsidian, wo wir gerade hier... Ein Obsidian, den wir gerade hier versuchen zu... Oh, was ist denn hier unten für ein komischer Hirsch... Ja, der sieht auf jeden Fall ziemlich böse aus. Ja, ich glaub, ich zieh mir mal drei, vier Bandagen rein, dann... Macht das mal besser. Dann möchte ich ja trotzdem sterben. Ja, bitte, ich geh dich hier nochmal zu dem Silber durch, oder? Noch eine. Äh, what? Hier, das hier unten, meinst du? Ja, ich komm gleich und unterstütz dich. Und da drüben ist auch noch ein Kistchen. Oh, hier ist jede Menge Eisen, ey. Ja. Ja. Oh, du machst ja auch riesen Fortschritt, da, riesen Fortschritt. Ja. So. Mach ich voll. Bei dir, Käse, ich bin bei dir. Guck mal, wie wir hier uns da durchfräsen. Ja, wahnsinnig schnell. Wir kärchern uns da durch die Wand. Ah. Mit... Mit... Strahlen, ein bisschen mit Dampf, wenn ich mal weine. Du meinst, weil Dampf aus meinen Ohren kommt. Das ist dir aufgefallen, Käse. Ja. Hast dich schon gewundert, jetzt hast du die Erklärung. Alles ist nicht dramatisch. Okay, jetzt hier der Bobka ist fort. Ja, der... Nee, der ist nicht fort, der ist da nur ein bisschen... Ja, der hat sich hier verlernt. Ich bin jetzt fertig. Hier, da. Brennt du. Oh, da sind zwei Kisten. Ach, der verbrennt jetzt völlig. Ja, ja. Nimmst du nichts, wenn du im Wasser liegst, ne? Oh. Der ist fast tot. Ich vergifte ihn mal noch ein bisschen. Okay. Oh, ein Decrypt... Decrypt Spear. Okay. Geil. Was macht der so? Wie geht der so? Ich weiß nicht. Zehn macht der Schaden. Oh. Sieht aber abgefahren aus. Okay. Der vergiftet halt nicht und macht auch sonst nicht. Damage per Swing. Fünf. Was hat mein Nicer Dicer? Der hat sechs. Two-Handed Rotten Wobbler habe ich. Hm. Hm. Die sollten... Wieso Damage per Swing? Ich will Damage per, weiß ich nicht, Second oder so. Hast du doch auch. Du hast ja DPS und Damage per Swing. Ach, und... Ah, jetzt... Verstehst du das System? Immer erst mal nörgeln, weißt du? Ja, ja, ja. Ja, nee, verstehe ich ehrlich gesagt nicht. Ich bin heute in Nergel-Stimmung und es gefällt mir gar nicht. Ja. Ich merke das schon. Was war bei dir? Ich, ähm... Ach, irgendein auch so ein Schwingding. Keine Ahnung. Ein Schwingding? Ah, irgendein Rotten Wobbler. Wenn dir das was sagt. Ach, oh. Ich bin voll gegen den Fiesen. Was ist denn hier unten? Ich muss hier leider noch mal kurz ein paar Hack-Experimente machen, weil ich gerne wissen möchte, was das hier für ein Material ist, was sich hier versteckt. Bitte hacken Sie recht reichhaltig. Hacken Sie recht reichhaltig. Ich habe hier... Oh, ich habe eine Kiste gefunden. Der sind 138 Pixel. Ach, das ist Kohle, Alter. Das ist ja lame. Dafür haue ich hier nicht den Blöden komischen Stein kaputt, ey. Das war aber auch nicht. Rotten Apple, wie schön. Rotten Apple? Ja. Was macht man mit einem Rotten Apple? Ich weiß nicht. Ich glaube, man kann sich trauen, ihn zu essen. Wo bist du, Käse? Ach, da unten hier. Genau, hier unten hänge ich rum. Was ist hier mit diesem Material? Kriegt man das auch irgendwie klein? Ist es nicht dieser komische Stein, den wir... Nee, oder? Ist nicht der vom letzten Mal, oder? Ach, das ist einfach Cobblestone. Hatten wir schon Cobblestone? Oder ist das ein anderer Cobblestone? Gibt es mehrere? Ich habe keine Ahnung. Ich gucke mal in mein Inventario. Guck mal rein, ja. Hilfe. Licht. Oh, das sieht relativ ähnlich. Ist aber ein anderer. Da. Hupf. Ah, da ist mal Rock. Gravel. Keine Ahnung, warum der anders ist. Weil anders aussieht. Okay. Tut. Ja, gut. So, jetzt hier links oder rechts? Links oder rechts? Mir ist es eigentlich gesprungen wie Jacke, wie Hose. Einelei. Okay. Gut. Oh, da haben wir inzwischen etwa genügend Kleideradatschirbz 48 Kupfer. Ja. Ich hacke hier noch ein bisschen Kohle und ein bisschen. Das geht hier ja schnell aus der Wand raus. Weißt du? Okay. Und das da oben ist, da ist auch noch ein bisschen Kupferrivo. Okay, ja. Na. Komm schon, Jung. Kim Spämisch. Oh, da sind jener Menge Viecher hier rechts, die ein bisschen umspacken. Interessiert uns aber gar nicht. Nein. Oh, 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 oh. Au. Äh, au. Ja. Au. Der hat aber ganz schön wehgetan, hä? Hat er dich? Brauchst du eine Bandage? Ich habe noch eine gehabt. Mal gucken, wie weit die mich weiterbringt. Guckst du mal. Guckst du mal. Oh, hier ist Gelumpe. Was meinst du? Gelumpe und Gelersch. Eisen, Silber, Titan, Platin. Meinst du, ist was tolles? Ich meine, es ist spitzenmäßig. Okay, ich komme. Boah, das ist ja... Wieso hast du nicht auf dem Schirm, was es ist? Ich nehme an, es ist Silber. Die Erze noch nicht. Oder es ist Cobblestone, das kann auch sein. Hivestone, Silver Orc. Okay. Naja, Silber. Hivestone. Hive. Hive. Okay. Das klingt so ein bisschen nach Borg. Klingt gefährlich. Herrlich. Ach, ich hänge hier. Ich versuche hier die ganze Zeit zu pickeln. Guten Hivestone. Was geht da oben, Käse? Siehst du irgendwas? Warte, warte, warte. Ich muss erst mal heimleichten. Oh ja. Ja, mal. Es geht halt irgendwo. Wollen wir uns weiter durch die Wand muddeln? Oder? Achso. Ja, ganz wie er mag. Ich muss hier weiter pickeln. Ja, an einer Weichenstelle. So ein bisschen oben über den Cobblestone drüber vielleicht, oder? Okay. Machen wir das so? Ja, wegen dir, ja. Oder willst du raus und in unserer Kuppe immer einschmelzen? Äh, ja. Achso, gut. Dann müssen wir uns jetzt quasi den Freitod wählen, oder wie? Ja, also ich glaube nicht, dass wir es schaffen, hier nochmal lebend rauszukommen. Das ist ein bisschen blöder, gell? Ja. Oder sollen wir wenigstens versuchen, uns rauszugraben und dann oberrück zurückzugehen? Oh, wir sind so weit runter, gell? Mhm. Dann graben wir Jahrtausende. Ich weiß gar nicht, ob es so wie bei Terraria so eine Hell gibt oder so einen Erdkern oder so irgendwas. Ob es da wohl was gibt? Habe ich keine Ahnung. Oh! Oh! Wie praktisch eine Höhle. Ja gut, ich meine, wenn man halt, ne? Wenn wir schon mal in einer Höhle sind, ne? Gut. Dann gucken wir auch nochmal ein bisschen tiefer. Ja. Achso. Ich dachte, wir gehen jetzt da hoch. Ähm, ja. Na komm, wir gucken tiefer und dann sterben wir bestimmt, weil wir irgendwo domen runterfallen. Oh, voll zucker. Hier nicht zum Beispiel. Kupfer. Oder? Oh, hier ist noch ein bisschen Gold. Gold. Und hier ist Kupfer. Okay, das nehmen wir noch mit. Aber was machen wir dann? Ertränken wir uns oder, ähm... Sportliches Ersaufen? Sportliches Ersaufen. Oh Gott, die sind solche Loser. Ja. Ne, das machen wir nicht. Ne! Wir gehen irgendwo in den Fight und lassen uns von irgendwelchen Monstern verdreschen. Ja. Wie richtige Männer. So. Oder was denkst du, Käse? Ja. Gehen wir da d'accord mit unseren Meinungen? Ja, wir haben die Waffen weg und... Oder wir suchen uns Treibsand. Wir haben noch gar keinen Sand. Wir können gar keine Fensterscheiben machen. Ähm, ja. Das finde ich nicht gut. Also nein. Also ja. Nein. Ja. Eindeutig. Ne, ich glaube, wir sind noch nicht auf Sand gestoßen, oder? Aber dafür guckt, was hier ganz gewaltig. Was macht denn hier so Geräusche? Ach, draußen hat irgendein Heiner seiner Auto-Alarm-Anlage. Ah, okay. Und hier nicht im Griff. Nicht im Spiel. Oink, 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 oink. Oder... Nee. Ist das vielleicht ein Sieg? Nee, nee, ich meine, es ist draußen. Weil es macht nämlich manchmal... Oh, jetzt bin ich tatsächlich tot. Ah, wie praktisch. Ja, für dich kannst du dich da auch mal mit den Monstern kloppen, wenn du das möchtest. Gerne. Gerne, gerne. Ich probiere mein Glück. Aber Freunde... Oder hatten wir vielleicht Hunger? Es kann auch sein, dass ich Hunger hatte und verhungert bin, irgendwie. Oh, jetzt bin ich fast im Loch gelandet. Du hast ja hier das Dings abgebaut. Sehr gefährlich, Käse. Sehr gefährlich. Was denn? Wie denn? Wo denn? Naja, du hast ja hier das Loch aufgemacht. Ach so. Ich bin fast reingefallen. Nein, gut. Das kommt vor. Aber das macht mir nichts. Ich fange an zu schmelzen. Ach Gott. Ich sterbe nicht. Noch nicht. Hau sie alle, Käse. Hau sie alle. Gleich. Nee, scheiße hat es nicht geklappt. Okay, immer noch nicht. Nee. Ich glaube, es ist ein weiterer. Ja, das klappt schon. Ich bin nicht zuversichtlich. Ja. Ja. Irgendwo werde ich schon zu Tode stürzen. Na gut. Hallo. Dein Wort in meinem Wort. Oh, dann ist das Loch immer wieder. Die greifen hier unser Haus an. Was? Die Vögel oder was? Ja. Das finde ich nicht gut. Hau ab, du Ars. Boah, der hat hier voll die Explosionen verbreitet und so. Alte. Voll die. Alte Saurüte. Ja, voll der Mese. Oh, hier ist noch voll Kupfer. Oh, no. Ich habe 35 Kupferbappen. Okay. Ja, dann check mal ab, was man da so... Ja, ja, mache ich gleich. Ich schmelze noch den Rest ein. Ja, mache ich mal eine Schmelzung, genau. Und dann gucken wir mal... Einen Platin habe ich. Einen Platin? Wo kommt das denn her? Ach so, ich dachte... Okay. Jetzt Platinium, sagt er. Ja. Sehr schön. Ah.